Dann am Ende hat einer das Wasser laufen lassen, wie bei so einer Badewanne, dann steigt es immer höher, dann haben wir hier, dann haben wir hier Subnautica. Wenn das Wasser immer höher steigt, dann ist hier Subnautica oder sowas von. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter in der Alpha-Version, meine lieben Freunde. Leute, wir haben jetzt im Terraforming nicht nur Regen auf unserem trockenen Wüstenplaneten, der ist jetzt gar nicht mehr so trocken tatsächlich, denn wir haben jetzt tatsächlich auch Seen. Und das kann sich sehen lassen, würde ich sagen, meine lieben Freunde, wenn wir uns das mal hier von hier angucken. Also diese kleinen Pfützen, die wir vorher hatten, verbinden sich langsam aber sicher zu einer zusammenhängenden Wasserfläche. Nicht schlecht, da drüben ist schon richtig tief, da gehen wir jetzt einfach mal hin und gucken mal. Es ist schon der absolute Wahnsinn, ich kann euch sagen, wenn dann das Terraforming mal richtig kickt, dann kickt das aber auch richtig. Der nächste Schritt, den wir dann anvisieren müssen, ist dann übrigens Pflanzenwachstum ohne mein eigenes Zutun. Also ohne, dass wir Pflanzen, Pflanzer anpflanzen. So. Oh, hört ihr das? Es fitscht und glitscht. Es klingt glitschig. Nice. Ich bin schon ganz feucht jetzt unten oben. Hervorragend. Genauso muss das sein. Es ist der Wahnsinn. Ein Traum. Dann können wir ja hier bald einen Badestrand aufmachen. Dann baue ich mir so einen Rettungsschwimmerturm auf. Ziehe mir eine rote Badehose an. Und, äh, lasse mir so eine attraktive Frisur stehen noch. Dann läuft das. Und ich muss immer in Slow-Mo über den Strand rennen. Ganz wichtig. Wie hoch ist der Eintritt? Eintritt ist immer frei. Zwei Tritt wird dann, kostet dann Geld. Mit welchen Haaren denn? Gleich kommt ein Blauwal raus. Wenn ihr das hier feiert übrigens, dass wir uns Planet Crafter in der Alpha reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne die Playlist rein. Ist immer am Anfang des Videos rechts um die Ecke verhängt. Oder am Ende. Und natürlich könnt ihr auch gerne kommentieren. Insbesondere, wenn ihr das selbst spielt. Wenn nicht, dann ist auch gut. Ihr könnt es ja selber spielen. Ist ja kostenlos. Das muss ich auch mal wieder erwähnen. Das ist übrigens kostenlos hier. Für alle, die sich fragen, ob das kostenlos ist. Ja. Es ist kostenlos. Man sehe und staune, dass es so ist. So, ich würde sagen, wir machen noch einen Pflanzspritzer. Oder? Ich werde mal erstmal gucken, wie sich die Werte verändern. Ich muss mal schauen, wo ich jetzt noch mehr... mehr nachlegen muss. Schwimmen nur auf Hüfthöhe. So, dann schauen wir mal hier. Oben muss ich gucken. Die Geschwindigkeit des Terraformings verändert sich. Also der Druck verändert sich am schnellsten. Wärme scheint sich nicht so schnell zu verändern. Da müssen wir vielleicht mal wieder ein bisschen nachlegen. Oxygen verändert sich anscheinend am zweitschnellsten. Wärme ist mal wieder wichtig. Wir müssen mal wieder Heater aufstellen und sowas. Sonst haben wir irgendwann extrem viel Druck, aber nicht nur noch Hitze. Würde ich sagen. So. Dann machen wir das mal. Was brauchen wir denn für einen Heater? Heater können wir ja nur innen aufstellen. Okay. Für den großen Heater brauchen wir noch mehr Iridium. Das lohnt sich, wenn wir das da drüben machen. In der Höhle. Würde ich sagen. Aber ich würde sagen, wir machen noch einen Pflanzer. Einen Pflanzer machen wir noch. Sagt er und trank die Flasche aus, die er braucht, um einen Pflanzer zu bauen. Moment. Hier gucken wir mal rein. Ist da zufällig schon wieder was drin? Jawohl. Nice. Da ist drauf. Verlass auf die Anlage. Nicht schlecht. So. Dann. Warte. Aluminium brauchen wir noch. Am besten auf den Blueprint Monitor schauen. Da siehst du eher, wo noch was fehlt. Das stimmt. Das ist richtig. Schauen wir da nochmal drauf. Den haben wir ja auch hier oben. Der Blueprint Monitor. Also. Wir haben. Hier fehlen noch Sachen. Water Filter. Oh. Allow us to drink directly from lakes. Das ist quasi ein Strohhalm. Nice. Lake Water Collector. Collects and filters water. Das ist jetzt aber generell Terraforming. Okay. Das ist allgemeiner Fortschritt. Beim Sauerstoff fehlt nichts mehr. Da sind wir schon durch. Da braucht man also eigentlich gar keine Pflanzen mehr. Bei Wärme fehlt uns der Biodom noch. Oh ja. Da müssen wir definitiv. Wir müssen mehr Wärmeanlagen produzieren. Oder bauen noch. Nuklearreaktor Stufe 2. Der ist sogar bald in Reichweite. Guck mal. Das dauert gar nicht mehr so lange. Okay. Also wir müssen eigentlich hier noch nachlegen. Ich baue jetzt trotzdem noch den einen Pflanzer. Wir haben ja noch Samen in der Hose. Da würde ich sagen. Äh. Machen wir das jetzt einfach mal. Warte. Da hole ich mir die Samen hier nochmal schnell. Hier so. Wir haben noch Samen. Weißt du. Da können wir mal absamen hier. Mal wieder richtig absamen. Dann geht bestimmt gleich wieder mein. Ja. Mein Strom ist wieder weg. Egal. Warte. Wir brauchen wieder Magnesium, Aluminium und Kobold. 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 Wir brauchen mehr Kobold. Aluminium. Äh. Kobold. Magnesium. Ja und stimmt. Die alten Anlagen abreißen. Das wurde ja gesagt, dass ich das machen soll. Dass ich die alten ineffizient laufenden Anlagen abreiße. Und dann die Samen, die da drin sind. Eher in moderne. Also in große Anlagen eher umtopfe. Die effizienter arbeiten bei niedrigerem Stromverbrauch halt auch. Das ist richtig. Da ist die Power wieder restored. Oder wir schauen mal, dass wir vielleicht noch einen Nuklearreaktor noch bauen. Noch einen zweiten. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Jetzt hole ich mir aber erstmal Iridium. Jetzt machen wir erstmal das mit dem Iridium. Genau. Machen wir das erstmal jetzt. Ich schnapp mir jetzt nochmal ein bisschen Wasser. Aber vielleicht auch nochmal wegen Essen nochmal gucken. Guck mal, da ist nämlich wieder was gewachsen. Ne, Moment. Ist nichts gewachsen. Oder? Ach doch. Doch. Ich hab wieder Essen gekriegt. Essen ist nämlich jetzt wichtig. Muss man drauf achten. Ohne Essen stirbt man nämlich. Hab ich gehört. Und da hat Epic 099 100 Bits gechirrt. Dankeschön. Und Red Dragon SOI hat auf Stufe 1 abonniert. 15 Monate schon. Dankeschön. Und ein frohes Neues. Genau. Auch an der Stelle natürlich nochmal. Auch wenn ich, wenn ihr vielleicht in den anderen Videos das noch nicht hattet. Wenn ich euch dann noch nicht erwischt hab. Auch an der Stelle nochmal frohes Neues an alle. Genau. Das mach ich jetzt einfach so lange, bis ich alle erwischt hab. Also quasi bis nächstes Silvester. Hehehehe. So. Jetzt Iridium suchen. Iridium sind die kleinen roten leuchtenden Knöbel. Und davon brauchen wir neun Stück, damit wir einen Rod herstellen können. Neun Iridium Knöbel. Was mach ich eigentlich, wenn das Iridium mir ausgeht? Was mach ich dann eigentlich? Dann ist es ja quasi alle. Dann kann ich ja nicht mehr was produzieren noch. Und ich mein, die Welt ist ja endlich. Die ist ja nicht unendlich. Ich meine nämlich jetzt nicht, dass das Iridium nachgewachsen ist. Also ich mein, bei den anderen Ressourcen hatte ich jetzt schon so den Eindruck, dass die nachgeneriert werden. Ab und zu mal. Aber beim Iridium hab ich den Eindruck jetzt nicht. So bei diesen Spezialressourcen halt vor allem. Einmal sterben und hoffen, dass die Knubbel wiederkommen. Achso, die kommen wieder, wenn ich sterbe. Ja, da müssen wir ja mal schauen, ne? Raketen bauen wurde gesagt. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gemacht. Raketen bauen. Das wär vielleicht mal ne spannende Beschäftigung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, zwei brauch ich noch. Was ist denn hier eigentlich drin? Oh. Samen. Essen. Die Samen lass ich mal drinstecken. Sehr gut, okay. Haben wir neun Stück. Da können wir gleich ein Rod draus machen. Das, was man bei Ressourcen knapp halb immer macht. Auswandern auf einen anderen Planeten. So, ich stell mir jetzt schon so Rod... Warte mal, was wollte ich jetzt eigentlich machen nochmal genau? Was wollte ich jetzt daraus herstellen? Jetzt nochmal überlegen. Jetzt nochmal strategisch vorgehen. Hier genau so ein Heater wollte ich bauen. Genau. Alles gut. Nicht, dass ich jetzt irgendeinen Quatsch mache. Können wir den nicht eigentlich auch gleich hier reinstellen? Guck mal, hier ist noch so viel Platz. Die müssen wir ja immer innen aufbauen. Die Heizanlagen. Komm, warte mal. Bautet mal hier noch mit in die Ecke da irgendwie. Hier so dazwischen. Und da ist der Strom wieder weg. Und es regnet schon wieder, glaube ich. Oder wir haben einen Meteoritenschauer. Oder beides. Hier, warte mal. Nehmen wir gleich hier noch das mit. Magnesium und Aluminium nehmen wir hier auch gleich noch mit. Das gab es ja hier drin auch. Was ja auch eigentlich konsequent wäre, wenn es eigentlich erst mal mit saurem Regen anfängt. Das wäre eigentlich mal noch spannend, wenn du vielleicht dann auch Schaden kriegst erst mal durch den Regen. War das nicht bei Surviving Mars so? Ich meine, da war das so. Wenn du da Terraforming gemacht hast, war der Regen, der zuerst gefallen ist, der war erst mal schädlich. Der war erst mal gar nicht so gesund im ersten Moment. Der wurde dann erst später dann normaler Regen quasi. Na, wenn dann quasi mehr Zeit vergangen ist und wenn du mehr Terraforming noch betrieben hast. Ich nehme jetzt hier die Knubbel auch noch mit. Sonst soll der Geiz... Mal schon mal hier sind. Im Green Planet DLC, genau. Da war das ja so, glaube ich. Die beiden alten Heater in der Höhlenbase abbauen. Ne, warte mal. Das können wir eigentlich machen, ne? Die sind ja nicht so effizient. Machen wir das mal. Machen wir das mal kaputt. Ich habe noch ein bisschen Platz im Inventar. Da können wir das mal machen. Hier, den hier. Und den hier auch. Boah! Es ist geplatzt. Okay, warte kurz. Was machen wir denn da jetzt? Moment, da müssen wir mal schnell was... Haben wir hier eine Kiste? Ja, wir haben hier eine Kiste. Ja, warte. Da packen wir mal das Iridium schnell mal rein. Das, was wir jetzt überhaben. Nicht, dass hier das Zeug die spawnt. Das Wertvolle. Das wollen wir ja nicht. Okay. So machen wir das jetzt. Nehmen wir das mal mit. Genau, jetzt haben wir nämlich wieder Energie. Und der eine Heater... Warte mal. Wie viel Leistung hat der? 28,5 pro Sekunde. Und der hat nur 4,5 pro Sekunde. Oh ja, das ist wirklich viel besser. Warte mal. Dann sollten wir dann vielleicht den anderen in der Ecke auch noch abreißen eigentlich. Ich weiß jetzt langsam, warum ihr das wirklich so... Warum ihr das so drauf drängt, dass ich das mache. Weil ihr einfach recht habt. Warte mal, wenn ich noch trinke... Äh, ich meine esse. Nein, ich habe keinen trinken. Ich... Ich brauche Wasser. Oh Gott. Warte, ich muss noch schnell abreißen das. Genau, nice. Hier, dann haben wir jetzt da den Dicken und da den Dicken. So, warte. Dann nehme ich jetzt hier das noch mit. Das... Äh, und das. Genau. So, dann schnell abliefern und dann nochmal schnell Wasser holen. Für deine erste Rakete bedenke, dass du da auch einen Iridiumstab brauchst. Okay, gut. Ich hoffe, ich habe da jetzt noch genug Iridium. Sonst... Müssen wir auch... Mach einen Iridiumrott. Ja, das hätte ich natürlich jetzt gleich machen können. Egal. Ich... 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 Ich schaffe erstmal ein paar Sachen weg. Jetzt bin ich gerade schon auf dem Weg. Genau. Dann machen wir da den Iridiumrott draus, den wir dann benutzen, um die Rakete zu bauen, würde ich sagen. Das ist doch eine gute Idee. Aber vielleicht vorher noch so einen... So einen Bohrer noch bauen. Genau, wir können ja hier noch die kleinen Minibohrer noch abreißen, die hier teilweise noch stehen. Hier, guck mal, da steht ja noch ein Stufe-1-Bohrer und so. Dann machen wir noch ein Stufe-3-Bohrer draus, würde ich sagen. Hier, hauen wir jetzt alles hier mal hin so. Genau, und jetzt schnell erstmal Zeug holen. Also trinken, bevor ich versorste. Wassersammler, genau, meine ich ja. Hier so, bababababab. Trinken. Da kam nämlich schon die Meldung, dass ich, äh, verdörste. Genau. So, das machen wir jetzt hier weg. Und wir machen auch das weg. Und dann machen wir so einen fetten Bohrer. Da brauchen wir Aluminium. Das ist hier drin. Eine fette Bohrermaschine. Stellen wir mal hier in die Bamba. Jawohl. Denn die macht nämlich 0,25 Heat pro Sekunde, 17 Pressure pro Sekunde. Und die hier macht nämlich nur 1,5 und 0,1. Das ist nämlich deutlich mehr hier. Und das Ding hier, ja, das können wir, glaube ich, sowieso knicken. Das macht gar nichts. Dann lasst mal, lasst mal da hinten. Da waren ja noch viele von den alten Anlagen. Lasst da mal noch welche abreißen. Auch die Bohrer und so. Die Kiste am Miner ist bestimmt schon voll. Ach ja, stimmt. Da können wir mal reingucken. Den haben wir ja gebaut beim letzten Mal. Wir haben beim letzten Mal einen Minator gebaut hier. Hier. Den konnte man da einfach hinstellen. Guck mal mal rein. Was ist denn da drin? Yo. Ah, da ist sogar Aluminium drin. Ich werde ja wahnsinnig. Ja, dann, äh, 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 dann. Da braucht man ja da eigentlich mal einen Raum, wo man mal ein paar Schränke aufbaut, ne? Wenn das so ist. Komm, machen wir mal gleich hier. Einen Minenraum. Eine Tür. Und dann da mal gleich hier so ein paar normale Schränke mal hinstellen hier. Vorne, ja, vorne, genau, so. Nice. Ja, weißt du, da packe ich jetzt einfach alles mal rein. So. Dann können wir nämlich die Kiste leeren. Und dann können wir nämlich da dann einfach warten, bis dann da wieder Zeug drin ist. Dann kriegen wir über diese Möglichkeit also direkt auch Aluminium und sowas. Dann, dann müssen wir ja bestimmte Ärzte eigentlich gar nicht mehr unbedingt suchen gehen tatsächlich. Wenn die dann direkt vor der Tür produziert werden. Ein Fundament reicht doch für Schränke. Echt? Oh, guck mal. Hier ist schon voll viel Wasser. Ich glaube, ich muss mich mal beeilen, dass ich hier noch durchkomme dann. Ich weiß ja nicht, ob ich schwimmen kann. Das haben wir noch nicht erklärt. Das ist so die Frage. Kann ich schwimmen oder bin ich so ein Sack, der einfach nur zu Boden sinkt? Ich meine, ich bin ein voll ausgestatteter Raumfahrer. So eine Ausrüstung liegt ja eigentlich auch ordentlich was. Insofern würde ich eigentlich annehmen, dass ich so ein bisschen schwer bin. Nein! Ich habe jetzt alles in mein Inventar reingepackt. Ich bin wieder schlau. Das war falsch. Ja, das ist wieder der alte Wälder. Oh Mann! Habe ich wieder falsch rum gedacht. Ja, ich will halt alles bei mir haben. Ich will halt immer genau wissen, was ich habe. So ist das. Erst saurer Regen, dann gefrorene Seen, dann saures Gewässer. Das ist ja, ist es nicht eher falsch, die Reihenfolge? Ja, egal. Jetzt sage ich hier. Jetzt brüchst du das Eis da rein, stopf wieder. So. Dann können wir jetzt gleich nochmal die Kiste leer machen. Ach guck mal, es ist nur Kobold drin. Da ist ja nur Kobold. Ich wieder in die falsche Richtung jetzt. Iridium, Uran sind teilweise endlich, außer Raketen. Und Eis und Osmium und Schwefel sind endlich. Alles andere meint der Miner. Aber Eis braucht man ja dann auch nicht mehr. Ja, okay, ja genau. Wenn das Wasser flüssig ist und du hast diesen See-Extraktor da, dann brauchst du ja Wasser nicht unbedingt mehr. Also Eis brauchst du nicht mehr. Du kriegst ja das Wasser dann aus dem See. Und das wird schon langsam hier mit dem See. Also das muss man mal sagen. Also ich sehe hier schon, was auf uns zukommt. Und dann am Ende hat einer das Wasser laufen lassen, wie bei so einer Badewanne. Dann steigt es immer höher. Dann haben wir hier Subnautica. Wenn das Wasser immer höher steigt, dann ist hier Subnautica oder sowas von. Dann muss ich hier so eine Seemotte bauen. So, und dann die Bohrer hier draußen noch. Da waren ja noch welche, oder? Hatte ich die jetzt schon abgerissen? Ne, die hatte ich schon weggemacht, wa? Ich glaube, ja, die hatte ich schon weggemacht. Okay. Dann. Dann bereise ich da jetzt noch die Pflanzanlage hier ab. Die eine. Ach ne. Ne, hier den Heater reißen wir noch ab. Stufe 1 Heater braucht, glaube ich, niemand. Was war jetzt hier noch drin? Noch Fasern. Und noch Titan. Das nehme ich jetzt auch einfach mal alles mit. Das können wir ja da in der Heimatbase auch unter. Aber ich glaube nicht, dass wir hier noch mal hin müssen, oder? War hier noch irgendwas? Ich guck mal schnell noch mal. Warte. Ja, ein paar Ressourcen noch. Ist jetzt nicht der Rede wert, glaube ich. Ja gut. Wenn wir mal irgendwann Eisenmangel haben sollten, was ich nicht glaube, dann müssen wir noch mal hierher. Aber ich glaube, hier war nichts mehr. Ich glaube, die wichtigen Sachen haben wir hier rausgeholt, tatsächlich. Ja, guck mal. Das sieht doch schon geil aus. Das sieht schon richtig blau aus, da unten. Neues. Die kleinen Generatoren stören nicht, aber sie produzieren auch nicht mehr signifikant Strom. Die kleinen Generatoren. Die Windräder oder so, meinst du jetzt? Ja, ach, ich meine... Ah! Da ist doch noch was. Was ist das? Da, hier, da. Verdammt! Jetzt habe ich keinen Platz. Das müssen wir rausnehmen. Das ist NIRMA. Das brauchen wir für was anderes, wurde schon gesagt. T1 Solar, meint der. Achso. Windräder und kleine Solarpanele. Boah, gut. Ich meine, jetzt haben wir erst mal Strom dadurch gespart, dass wir die kleinen Mini-Heater und kleinen Mini-Pflanzanlagen und sowas das muss alles jetzt erstmal wegmachen. Ich glaube, das ist erstmal okay. Wir wollen mal jetzt nicht over-engineeren, würde ich sagen. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, ob noch irgendwas jetzt nachgelegt werden kann noch an einer Stelle. Vielleicht beim Terraforming nochmal eine Anlage nochmal nachlegen. Vielleicht doch nochmal einen Bohrer bauen. Das ging ja am langsamsten, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, Moment. Heater ging am langsamsten. Aber noch so ein Heater mit Rot ist, glaube ich, nicht so schlau, oder? Okay, Pressure. Guck mal, Pressure muss man, glaube ich, jetzt erstmal nichts mehr machen. Das steigt jetzt schon. Guck mal, da brauchen wir nur noch 100 Mikropascal bei Heat. Ja, Heat ist halt, ja, eigentlich doch, eigentlich müsste man noch einen Heater bauen. Guck mal, wie langsam das geht. Erstmal noch einen T3 Heater bauen. Guck mal, hier haben wir ja, das sind T3, ne? Genau. Das sind alles T3. Haben wir noch irgendwo einen T1, der vielleicht weg kann? Hier, guck mal, hier ist auch gar nichts drin, lol. Okay, da brauchen wir auch nochmal ein Iridium Rod. Dann, äh, warte. Dann schiebe ich jetzt mal ein paar von den Sachen, die ich jetzt dabei habe, hier drüben rein in den Schrank. Und da hat Big Mac 1985 direkt mit Prime abonniert. Dankeschön, willkommen und viel Vergnügen. Schieb das mal alles da. Okay, alles geht nicht rein, weil er nimmt das Iridium. Das brauchen wir ja eh. Und das Aluminium, das brauchen wir wahrscheinlich auch eh. Wie viel Iridium haben wir denn jetzt hier in unserem Dunstkreis? Iridium im Stück braucht man nur für die kleinen Heater, sonst immer Rods, okay? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Aha, 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 das reicht nicht, glaube ich. Hatten wir hier noch was drin? Nope. Okay, dann müssen wir rüber. Habe ich noch Essen? Ja, Essen habe ich noch. Dann müssen wir rüber und das da drüben dann holen. In der Höhle war viel Iridium im Schrank. Ja, stimmt, das muss ich da ablegen. Uran braucht man auch die Stücke. Also Vorsicht mit dem Uran. Immer mindestens vier Stück Erz überbehalten. Mindestens vier. Ähm, warum mindestens vier? Ich weiß gar nicht, woher ich das überhaupt hergehabt habe, das Uran. Habe ich das nicht aus einem Wrack rausgezogen? Ich meine schon. Ich meine, ich habe da nichts überbehalten. Ich habe das direkt in den einen Atomreaktor reingesteckt. Danke, dachte, wird mal Zeit, nachdem ich seine Videos schon seit einigen Jahren mit Begeisterung schaue. Jawohl, nice, das freut mich. Vielen lieben Dank. So, dann gucken wir mal. Und dann machen wir mal einen Rotz. Rotz. Weißt du was, wir haben hier noch so viel Platz. Ich stelle das Ding jetzt einfach mit hier rein. Silizium, Titan und Aluminium. Einmal Silizium noch knabbern. Wo war der Ausgang? Da war der Ausgang. Und dann... Dann läuft das gleich direkt wieder. Dann ist der Heater schon mal abgehakt. Dann müssen wir da jetzt nicht nochmal irgendwie Dinge teilen. Das Silizium. Apropos Wrack. Das Wrack im Norden will noch besucht werden. Was? Das Wrack im Norden? Ha! Power! Hm. Aber warte mal, ich glaube, ich weiß sogar, wo noch ein MK2-Heater ist. Warte mal. Wir hatten da drüben, da wo das Wrack war, da hatten wir noch einen reingestellt. Wenn du noch keine Aubergine hast, warst du noch nicht in dem... Echt? Ich habe da alles durchsucht? Ich meine, ich habe da keine Aubergine gefunden. Es sei denn, man kann die essen. Dann habe ich sie vielleicht aus Versehen gegessen. Hier, genau. Guck mal, das Ding machen wir jetzt einfach mal weg. Leider hat das den Strom nicht wiederhergestellt. Okay, wieder zweimal Kobalt und einmal Magnesium. Dann können wir auch mal ein Solarpaneel machen. Guck mal, was wir hier haben. Das können wir gleich mal auch wegmachen noch. Hat leider auch nichts gebracht im Sinne von Energie wiederherstellen. Aber wir können ja gleich ein Solarpaneel aufstellen, ne? Da liegen Tonnen von Samen in den Schränken. Ich stehe auf Samen, das ist gut. Und da ist die Bauer wieder restored. So, da haben wir alles wieder etwas effizienter gestaltet. Gut, okay, dann gehe ich gleich nochmal zu diesem Wrack, zu diesem ominösen. Aber vorher lege ich noch schnell das Iridium weg. Das müssen wir mal jetzt machen. Dann gucken wir da nochmal. Da habe ich offensichtlich nicht aufmerksam genug gesucht, scheinbar. Dann war ich da wohl unaufmerksam. Es tut mir leid. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich hätte da alles durchsucht. Oder vielleicht habe ich sie gesehen und habe mir gesagt, ich habe nicht genug Platz und ich nehme es später wieder mit. Dann habe ich diese später wieder vergessen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass es mir so geht. Dann mal los. Aber das Terraforming läuft jetzt, würde ich sagen. Ich glaube, da haben wir jetzt eine gute Basis. Die Samen nicht in den Mund nehmen. Oxygen ist hier nicht included. Oxygen not included. Ja, da haben wir auch wieder neu angefangen. Da jetzt er das noch nicht kennt. Falls ihr vielleicht nur das hier kennt auf meinem Kanal. Kann ja sein. Da könnt ihr unbedingt auch mal bei Oxygen not included reingucken. Das ist mega lustig. Das ist einfach so... Also der Stil, da muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen. Aber das ist schon... Also ich finde das mega lustig. Das ist Survival Chaos pur. Das merken wir uns für später. Aber was wollten wir uns merken? Ja, das ist immer das Problem. Man muss sich dann merken, was man sich merken wollte. Wenn man sich das nicht merkt, dann vergisst man das wieder. Und dann merkt man sich nicht, dass man sich was... Wenn man sich das auch noch vergisst, dass man sich was merken wollte. Für später. Und das merkt man dann am Ende gar nicht. Ja, weil wenn man das sich nicht merkt und dann nicht merkt, dann merkt man das gar nicht. Das ist verrückt. Merkt euch das. So, da. Jetzt atmen hier. Da habe ich nämlich schon so einen Kasten aufgestellt. Guck mal, wir waren hier schon mal. Aber wir haben hier offensichtlich nicht alles abgegrast, was wir abgrasen können. Das ist so ein bisschen das Problem. Weiß jemand, ob man Spielstand von Demo auf Prolog überspielen kann? Also ich habe meinen Demo-Spielstand hier im Prolog einfach weiter nutzen können. Wenn das die Frage war. Machen wir mal das Fleischneid an. So, wo war jetzt was hier? Hier ist eine Tür, aber die geht nicht auf. Jetzt müssen wir mal gucken. Ihr sagtet, da wäre was. Nullnah. Okay, Nullnah ist aber auch neu. Das hatte ich vorher auch noch nicht gehabt. Hier ist nochmal Essen. Also Samen für Essen. Ja, Superaloi. Und Iridium auf jeden Fall. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit, würde ich sagen. Was ist das? Nochmal Lirma. Nochmal Lirma. Ganz viel Lirma. Samen. Die habe ich scheinbar stehen lassen. Ah. Ah. Guck mal an. Hier habe ich irgendwas rausgenommen. Ich weiß aber nicht mehr was. Was ist das hier? Pestera. Pestera. Nullnah. Tuska. Oh, 400% Sauerstoff-Multiplier. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Pflanzen austauschen in den Wachstumsdingern. Treppe hoch soll ich gehen. Ja, warte mal. Ich atme, glaube ich, lieber nochmal, oder? Meint ihr die... Meint ihr die Leiter? Was ist das hier eigentlich? Rocket Engine. Oh. Ich habe ein Triebwerk gefunden. Squash Seeds. Squash hatten wir aber, glaube ich, schon, oder? Eggplant. Eggplant. Ja, ihr habt's. Ihr habt's. Ihr habt's. Ihr habt's. Ihr habt's gefunden. Ihr habt's gefunden. Eggplant. Wir haben die... Das ist die Aubergine. Ich glaube, da können wir rauslaufen jetzt. Da müssen wir jetzt noch ein paar von diesen Nahrungsgeneratoren-Dingern ausstellen, ne? Glaube ich. Die Kiste kannst du noch abbauen. Ja, ich brauche das Eisen aber gerade nicht. Wir haben doch den Bohrer für Eisen. Das macht nur mein Inventar unnötig voll. Ja, Treppe hoch. Ich gehe jetzt erstmal zurück und pflanze jetzt schon mal die Sachen an, die wir jetzt gefunden haben. Wir haben's geschafft. Wir haben die Aubergine gefunden. Da habe ich wohl nicht in den Schrank geguckt. Beim letzten Mal. Da habe ich da wohl... Oder ich habe's gesehen und habe's ignoriert, weil ich mir dachte, ich brauche eine Aubergine sowieso nicht. Aber für was habe ich jetzt nochmal die Aubergine gebraucht? Ach ja, für den Algengenerator. Stimmt. Aber wofür brauche ich jetzt eigentlich einen Algengenerator? Das ist jetzt die nächste Frage. Das werden wir, glaube ich, jetzt alles rauskriegen. So nach und nach. Peu a peu werden wir das alles rauskriegen. Genau. Das, was oben in der Bodeleiter ist, das merke ich mir für später. Bärchen macht immer alles im Vorbeigehen und O-Bär-flächlich. Ja, O-Bär-flächlich. Genau. Ich bin ja auch ein Bär. Für mehrere Sachen brauchst du die Eggplant-Auberginen. Ja gut, okay. Da müssen wir jetzt aber erstmal welche kultivieren. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen Kultur reinbringen. Ich sollte vielleicht auch mal meine Base ein bisschen erweitern, oder? So langsam wird's ganz schön eng da drin. Erstmal atmen. Und dann macht man mal noch Räume. Hier mit Eisen und Titan. Können wir gleich mal einen Raum bauen hier. Ich baue den jetzt mal hier direkt daneben. Oder nee, warte. Äh, irgendwie geht das da gar nicht. Kann man da irgendwie gar nicht bauen. Das ist irgendwie blockiert. Warte mal. Kann ich's hier nebenan noch bauen? Hier so hin? Scheint zu gehen. Sehr nice. Na toll, jetzt die Treppe im Weg. Jetzt ist generell alles im Weg. Warte mal. Können wir das alles mal nochmal umtopfen? Alter. Bah. Moment. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Jetzt müssen wir erstmal hier umdisponieren. So geht das ja mal nicht hier. Muss alles mal hier rein. Und dann das. Warte. Das kommt jetzt mal hier noch rein. Und die Samen generell können erstmal da rein. Genau. So und dann machen wir mal die Kiste. Die machen wir mal weg. Das Bett brauche ich das Bett. Das Bett brauche ich glaube ich auch nicht. Die Leiter, die muss ich da lassen. Weil da komme ich ja dann nur so nach oben. Komm, das Bett machen wir mal auch weg. So und jetzt das Bett. Das stellen wir dann wieder da hinten an die Wand. So und jetzt machen wir ein Pflanzdings hier. So ein Food Grower. Genau da brauchen wir Alu. Alu haben wir im Schrank. Food Grower. Den stelle jetzt hier in die Ecke noch. Neun. Der zieht schon wieder zu viel Stromo. Okay, warte, 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 warte. Wir brauchen ein Heppebe. Und damit brauchen wir Heppebe. Und hätte de, hätte de, hätte de. Magnesium hättet de. Und dann nochmal ein, äh, ein Kobold. Ein Kobold brauchen wir noch. Hier ist es doch eigentlich ganz viel Kobold. Strom wie immer, ja. Was Bett und andere Möbel außer Schränke sind? Hyperliquid. Was ist denn Hyperliquid? Das Bett weg. Wer legt sich denn schon da rein? Ich. Vielleicht, wenn ich mich mal ausruhen muss von dem ganzen Gerenne hier. Wenn ich mir die Füße wehtun. Vielleicht auch mal wieder ein Windrad bauen, ne? Aber da haben wir ja nur die, die Standardturbinen. Warum hat man eigentlich keine fortschrittlicheren Windräder noch? Weil der Wind wahrscheinlich durch ein anderes geformtes Windrad nicht unbedingt mehr wird, ne? Open Food Grower. Jetzt growt immerhin schon mal das Food. Nice. So, dann macht man nochmal am besten einen Pflanzer. Ein Generator, Pflanzgenerator, Nahrungsgenerator, Pflanz. Hier, macht mal hier so dahinter jetzt. Läuft sogar noch. Nice. Hier können wir nämlich die Eckplan einsetzen. So, und dann schiebe ich hier mal jetzt den ganzen Schnodder, den ich nicht brauche. Den schiebe ich jetzt erstmal hier rein. Hervorragend. Wir haben sogar schon ein Triebwerk gefunden. Ne, krass. Das lag da einfach im Schrank, weißt du. Und ich habe das nicht mitgenommen. Wird sportlich bei dem ganzen Geräne. Bald schon Sixpack. Ja, ja. Wer braucht Windrad, wenn man Atomkraft haben kann? Ja, da wäre jetzt nochmal die Frage. Wo hatte ich denn jetzt eigentlich nochmal das Uran her gehabt? Hatte ich das jetzt eigentlich aus einem Schrank geholt? Das habe ich schon wieder vergessen. Oder habe ich das schon irgendwo von oben irgendwo? Wo habe ich denn das nur gefunden? Das ist so die Frage. Das brauchen wir eigentlich nochmal. Was war eigentlich hier nochmal? Was war das hier eigentlich nochmal? Was hat man hier eigentlich nochmal gemacht? Craft. Ach, hier kann ich das Bioplastik herstellen. Bakterien-Samples. Ah, da brauche ich Algen. Guck mal. Für Bakterienproben. Und, ähm, ah, und hierfür brauche ich Dings. Okay. Ja, wäre es nicht vielleicht dann sogar schlau, hier noch so einen Foodgrower reinzustellen in den Raum? So langfristig. Ja, ein Pieper. Es hat auf Stufe 1 abonniert. Vier Monate schon. Vielen lieben Dank. Das Uran war in einem Wrack. Und in Kisten in der Web. Ja, in welchem Wrack? Das Feld vom Himmel. Rakete bauen. Das Uran fällt vom Himmel. Okay, warte. Rakete, Rakete. Wir, 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 wir. Wo ist denn die Rakete? Hier. Super Alloy. Okay, wir müssen mal Rakete bauen jetzt. Rakete, rote Rakete, rote Rakete, rote Rakete. Warte. Super Alloy. Was war noch? Was war noch? Eisen, Titan. Alles dreimal, ne? Eisen fehlt noch einmal. Warte, da gehe ich mal rüber hier zu unserem Bohrer. Der müsste ja eigentlich wieder was ausgespuckt haben normalerweise. Raketenbasis 55 Kilowatt. Also erst Strom und dann Rakete. Ach. Ach, was? Groß ist denn das? Ach, du meine Güte. Ach, du meine Güte. Ach, du meine Güte. Ich muss erst mal einen Platz finden dafür. Wo? Wo? Wo ist denn hier so viel Freifläche, dass ich das bauen kann? Das geht ja gar nicht in der Gegend. Warte mal, da muss ich da hinten hin. Da hinten ist noch ein bisschen Freifläche. Wollen große Rakete bauen. Ja, jetzt spüren wir Körbel Space Programm hier. Pass mal auf. Ich muss erst mal einen Platz finden hier dafür. Oh Gott. Das ist alles so uneben. Vielleicht. Ah, hier. Hier. Ja, 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 ja. Aber ein bisschen zurück. Ja, 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 ja. Hier, ja, 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 ja. Ah, ja, 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 ja. Yes. Wir haben eine Raketenrampe, aber keinen Stromo. Okay, warte, wir brauchen Alu. Kann das sein, dass der Bohrer zufällig immer die Materialien ausspuckt, die man für weitere Solarpaneele braucht? Sind mir gerade mal so aufgefallen. Weil der spuckt ja Kobalt aus, Aluminium, Eisen und den anderen Schnatter auch, glaube ich. Dann bedienen wir uns doch mal gleich hier, wa? Ah, ja, stimmt. Warte, hat der Aluminium zufällig gerade? Nee, er hat kein Aluminium rausgespuckt. Ah, Mann. Ah, wieso? Okay, warte. Ja, jetzt brauchen wir halt Alu. Moment. Hatte ich da jetzt noch was im Schrank? Nee, das war jetzt alles schon verkraftet, glaube ich. Dann muss ich da wohl noch mal ganz nach hinten. Nicht genügend Schreiraum. Ja, auf jeden. Würde ich so sehen, auf jeden Fall. Will ich sofort unterschreiben. Alles leeren und in eine Kuhle werfen, weil Schränke brauchen so viel Platz. Ach. In eine Kuhle werfen. Ja, ja. Nee, das kommt alles in den Schrank. Ich bin doch Messi. Also der Lionel. Ich bin nur getarnt. Zweite Tarnung. Nachts bin ich Lionel Messi und tagsüber bin ich ein Streamer und Influencer auf Twitch und YouTube. Und spreche Deutsch. So sieht's aus. Jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Meine Identität ist aufgeflogen. Okay, warte. Hier. Nimm das. Nimm das Aluminium. Ich stelle gleich hier die Dinger hin. Wie viel brauche ich da jetzt? Wahrscheinlich mehrere Röhre. Influencer, Anstecker. Ja, ja. Eigentlich ja Beeinflusser, ne? Worin influenzt du uns denn? Nee, ich beeinflusse euch mit, indem ich Spiele zeige. Und ihr die geil findet. Und wenn ihr die geil findet, dann kauft ihr die vielleicht. Deswegen bin ich ein Influencer. Auch wenn ich das eigentlich gar nicht vielleicht bezwecke, dass ich... Das irgendwie... Ne? Das passiert trotzdem. Weil ihr das bei mir halt seht. Einfach ersticken. Spart den Rückweg. Nein, ich will aber nicht ersticken. Oh, warte mal. Was ist denn das da? Lol! Da ist eine gelbe Kiste unten drunter. Warte, die machen wir gleich auf. Seit wann das denn? Ich will nicht sterben. Das widerstrebt mir. Hier, atmen und zurücklaufen. Sterben spart den Rückweg hier. So fangen wir gar nicht erst an hier. Mit solchen Spirenzchen. Huch, was war denn das? Fangen wir gar nicht erst an. Hier, jetzt warte. Ich brauche noch Kobold. Und hiervon noch Zeug. Ich habe vier goldene Kisten in der Map gefunden. Echt? Da muss ich mal gleich nochmal... Da gehen wir gleich nochmal hin. Das lasse ich nicht auf mir sitzen, dass ich das nicht aufgemacht habe. Ähm, weil da gerade gefragt wird. Ich habe die Prolog-Variante aber keinen Kompass. Du musst rechtsklick machen auf das Spiel in deiner Stim-Bibliothek. Und musst dann bei Betas den Developer-Modus reinnehmen. Eigenschaften. Betas. Developer-Modus. Sonst hast du nicht die volle Version. Ich glaube, ich muss noch ein Ding bauen. Ich werde gerade ein bisschen irre. Na gut, aber ist ja... Ja, wir müssen ja nur nochmal Kobold machen. Jetzt haben wir wieder Energie. So, jetzt gucken wir gleich noch in die goldene Kiste rein. Oder warte... Ne, warte. Wir atmen mal noch schnell. Wir atmen mal noch schnell. Und was in der Kiste ist... What's in the Bugs? Das erfahren wir dann in der nächsten Episode auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt. Schnellreisebett wie in Ark. Ja, das wäre natürlich eine Sache, ne? Eine feine. Guck mal, wir können mal gucken, wie weit die Auberginen sind. Noch nicht so wirklich... Hä? Wachsen Auberginen so, dass die so zur Hälfte drinstecken? Oh, neuer Blueprint freigeschaltet. Nukular Reaktor Stufe 2. Ja, dann, äh... Ja, müssen wir mal schauen, dass wir mehr Nukular Uran kriegen. Damit wir da mehr bauen können. Und an dieser Stelle endet diese Folge The Planet Crafter. Ihr könnt euch die Demo zu dem Spiel auf Steam besorgen. Link dazu in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ihr mehr von Planet Crafter sehen möchtet. Ihr könnt auch gerne in die Playlist reinschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt ist. Oder meinen Kanal abonnieren und die BR-Nachrichtigungen aktivieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!